Das war gerade auch wieder so eine selten geniale Aktion von mir. Warum? Ich lauf einfach so vom Canyon zu und dann einfach mal springen und dann mal in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ich dachte gerade, ich bin voll, der hat das nicht aufgenommen. Aber bisher geht es mit dem Server eigentlich, oder? Ja. Ich dachte aber auch, wir wären viel weiter auseinander. Jetzt, wo ich so weiß, wo ich ungefähr wohne. Ja, wenn man es dann halt weiß, ne? Ne, nein, weil ich nämlich am Anfang richtig lange gelaufen bin, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt mein Haus hingeklatscht habe. Achso. Ja gut, ich bin da gar nicht angekommen, das erste Mal. Wollen wir abbauen, ist schon lästig. Aber auch lustig. So, komm schon. Als nächstes muss ich dann mal so eine grüne Route in mein Haus verlegen. Außer schon zu dem Weiterbau. Aber ich glaube, ich verlege dann auch meinen Hauptwohnsitz auf das Schiff. Weil es hat, finde ich, was so auf so einem Schiff zu wohnen. Ja, das stimmt schon. So, komm schon, überlebe das Hacke. Oh. Egal. Dann brauchen wir schnell sowas hier. Zum Glück habe ich die Sticks mit Seta, Leute. Boah, was ich heute total gefeiert habe. Ich habe irgendwie auf Facebook, habe ich heute irgendwie, also rein zufällig, habe ich... Ja, erzähl. Habe ich heute Morgen mal wieder dieses Dingens-Video, dieses Brasil-Video gesehen, dieses Brasil... Oh, ich habe es total gefeiert. Ist voll geil. Vor allem, wenn man so zurückdenkt, so, oh ja, das ist ja... Also, es ist erst, beziehungsweise schon ein halbes Jahr her, also. Ja. Oh, ich habe dazu so ein kleines Tribut geschnitten, das muss ich dir mal zeigen. Ich finde, ich fand diesen Reporter so geil, wie er so gerufen hat. Götze, Martin! Martin! Er macht ihn! Oh! 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 Das war irgendwie gerade so aufgewöhnlich. Er macht ihn! Schickle, euch schon, the game. Oh! So, was brauchen wir noch? Hier noch so ein Teil. Noch so ein Teil mit dem Holzball. Wahrscheinlich hat er das gerade im Chat gar nicht gelesen, weil er sich gerade in TeamSpeak einloggt. Bzw. nicht wahrscheinlich, sondern ich hoffe es. Was im Chat? Ja, was ich bei Minecraft im Chat geschrieben habe. So, komm, gib mir gleich noch ein paar Saplings, da brauche ich nicht so weit laufen. Hä? Was sollst du da geschrieben haben? Oh! Ach so. Ach so, ich dachte, er wäre das gewesen, weil das irgendwie so. Hä? Geil. Komm, TS-Aufnahme. Soll ich mal Telegramm lesen. Hä? Wieso Telegramm? Kennst du ja Internet oder was? Oh nein, kommt ein Telegramm, das Ding nicht kommt. Oh! Oh nein! Eigentlich muss ich das jetzt zensieren, ey. Warte. Das ist ja zensiert. Voll voll das hässlige Sternchen hier. So, wie viel haben wir eigentlich schon? Oh, ja. Ein Stack pro Baum ist doch schon ganz ordentlich. Jetzt gibt mir noch ein paar Saplings und normale Bäume. Und dann mache ich mir mal hier ein... Internet reicht wieder nicht für zwei Videos. Wer pfeift hier? Toll, Leute. Ich verlasse. Na dann, äh, bis gleich. So, da sind wir wieder. Der TS war down. Und Leo ist da. Hi. Ja, ich hab mich so gewohnt. Ich bin drauf, kommen alle so. Ja, das ist jetzt so. Ja, das ist jetzt so. Kommen gerade alle auf einmal wieder, weil er wieder steht. Ja, äh, bei mir war irgendwie grad, also war auch down alles. Und dann, äh, dann hab ich, dann hab ich noch versätlich, äh, cap, äh, also feststellt, hast aktiviert. Und da wollte ich mich die ganze Zeit in den, äh, in den, äh, in den, äh, channel einloggen, hat nichts mehr funktioniert, dann bin ich so richtig rausgerastet, hab die ganze Zeit auf Enter-Taste gebrucht, hat sich der Spam-Schutz des Servers aktiviert, und ich konnte irgendwie für eine halbe Minute lang nichts mehr machen. Geht auch. So, wie war euer Abendessen? Jo, deins? Was hast du denn so Schönes? Okay, ich hatte. Warte, erstmal mal richtig ein Radio. Ja, du legst sowieso schon, wollte ich nur kurz sagen. Also, so ein bisschen. So, jetzt. Dörf ich nicht mehr lang. Ja. Ach, jetzt Discount, kein Bock mehr. So. Also. Nein! Ich hatte. Scheiße. Da, 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 da. Äh, argentinisches. Was? Hüft-Kuh-Steak. Alter, was ist das für ein, was ist denn das für ein Abendessen? Mit, äh, gebratenen Veggies, also diese Kartoffeln. Oh, geil. Diese richtig in Öl frittierten Teile. Mit, äh, ähm, ähm, wie heißt das? Wenn man so Gemüse zusammen macht, in so eine kleine Pfanne, und dann so Chili und Rosmarin und Basilikum und Olivenöl, alles damit vermischt. Äh, warte noch was, Henrik, du Staub sagst. Ja, ist beim Standard. Äh, und zum Bessert hatte ich Lebkuchen aus. Aus? Oh mein Gott, das Lied, das Lied. Ähm, vielleicht liken. Äh, aus, irgend so einer Oststadt, wie heißt denn das? Ich glaube, das ist kein Osten mehr, das ist sogar Bayern schon. Bisschen verfehlt. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Dö, du. Nürnberg? Nee, so eine ganz kleine Stadt. Waldsass, richtig. Ha. Okay. Ist so an der tschechischen Grenze. Wir machen assim, wir gucken. Wo Hendrik, was ist das denn heute bei dir? Das ist irgendwie so richtig keine Ahnung... Ist halt immer noch... Seid ihr alle im Betten, Neo, und könnt schlafen? Nein... Ich bin wieder auf meinem Schiff. Auf seinem Schiff? Hat Hendrik das Schiff gebaut? Hendrik float richtig. Baut gerade. er will wurde hinter daniel also da wo es dann also ist jetzt venture co mining operations komplett verlassen oder was ja wir schauen uns das mal an aber ich meine das ist ja natürlich gerade großer sollte neuer großauftrag und ja also ich meine ich bin ja auch bei venture schon ausgezogen ja wo lebst du da jetzt eigentlich ich lebe gerade in dem pilz so ein pilz in so ein ringförmiges praktisches häuschen gebaut das war gerade wie so eine aussage von so einem drogensüchtigen von wegen ja ich lebe jetzt im pilz leute wer will netherwarzen kaufen hier kommen ist das schon wieder verhandeln ach da ist das hier hässlich ich hab noch zwei blaze rods will ich auch nicht haben ja die nehme ich gerne wie viel willst du gibst du was willst du was brauchst du ich ich weiß nicht muss ich mir überlegen hendrik du staubsaugst es tut mir echt leid aber ich muss es anmerken es war ja gerade irgendjemand mit dem enderman beschäftigt er macht die eklige geräusche hendrik lass ihn hendrik darf ich um erlaubnis bitten an bord zu kommen ja okay ich bitte um erlaubnis an bord zu kommen darf ich darum bitten ja du darfst darum bitten klar ja klar kannst du kommen die filtrieren jetzt wird er abschossen das geht los also ich will also ich werde ich werde schon zu seiner erfahrenen kornkammer machen also ganz unten soll halt nein du musst den öl tanker bauen das sieht so aus weil er so flach gelegt ist ja nee aber der tankt kein öl sondern da ist unten so eine weizenfarm drin er tankt weed das war er jetzt wieder oh mein gott da draußen stülziert der scheiß enderman rum es gibt ein album das heißt es gibt ein album das heißt oh kaps lock an kaps lock das heißt das wäre so ein titel für die folge neulich hat jemand das best of daisy stanlon von mir geguckt und so kommentiert auf englisch so warum ist das nicht das video nicht englisch wenn das wenn du die beschreibung englisch ist was ja ach wegen best of er schreibt doch bestes von bestes von der kuh oh ja you drop the bomb on me jetzt you drop the bomb on me so ich beendige gerade mein haus willst du daniel glowstone bitte haben wie alles willst du glowstone haben ja bitte willst du glowstone haben haben willst du es haben ja bitte wenn hendrik aufhört zu staubsaugen alter hendrik ohne spaß ja kannst du bitte dein kabel zügeln wieso weil das so kabelt als wäre kabel deutschland dabei ein internetupgrade durchzuführen während du internet streamst wieso weil das so komisch rauscht ja warte äh jetzt werden da so keine ahnung keine ahnung ich muss bald mal wieder in die mine oder kann mir jemand eisen geben leo ich will irgendwas haben eisen hab ich genug ja weil ich es dir gegeben habe aber ich brauche es jetzt ja was willst du mir dafür geben was brauchst du gar nichts also doch ich brauche was das war letztes mal immer das problem ja weil ich alles hatte ja genau ich war komplett ausgerüstet ist es jetzt besser jetzt bist du hässlicher weil du nicht mehr so tief bist jetzt bist du hässlicher weil du nicht mehr so tief bist jetzt bist du hässlicher weil du nicht mehr so tief bist ja ich hab grad die spracherkennung runtergestellt ja ist okay ja so jub klein aber okay on bunny ase 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 was brauchst du was brauche ich ähm oh no it's happening warte mal ich muss hendrich nur kurz lauter stellen warte ich warte ich ist jetzt abgebrochen die aufnahme nein ich kann mich auch lauter machen das ist nicht so nehmt das schon schon erledigt jetzt die frage weiß nicht was ich brauche weil ich hatte irgendwas in Magen Planung ja doch die erste Planung was ich mache weil ich nett bin ich baue Wege zwischen uns allen oh ja aber dafür müsst ihr mir beide die Sachen geben ja super ja super was heißt Sachen wie willst du den bauen sag erstmal ähhh vielleicht kommt Gold geflastert oder sowas hier meine single farewell kurz oh hast du da coole Wege oder was was da anbietet also das bietet sich an äh ganz äh im Mittelalter Stil Akazien Woodlocks schräg gelegt mit Gravel in der Mitte 3, 2 oder einspurig äh als nächstes hätten wir Cobblestone Streifen Akazienholzstreifen Cobblestone Streifen als Weg ne dann hätten wir nur Gravel aber das ist heftig ähm dann hätten wir diese diese Clean Stones wenn du die zusammen machst diese Bricks ja äh die halt äh Cobblestone umbrannten das sind verschwindend eigentlich äh Cobblestone Quatsch also entweder Cobblestone oder Gravel das ist mehr die wie das ist Bis zum nächsten Mal.